Hier in den US-Jährigen kenne ich rote und kleine Lüder Zinterklausen. Da werde immer noch Weltstöcksges vertellt, was früher so alles passiert ist. Wenn der Zinterklausen Anfang Dezember durch den Dorf getrocknet ist. Für mich als Diakon hätte der Zinterklaus aber noch mehr gesagt, weil er immer die Norde von der Lüge gemerkt hat und seine Sodex geholfen hat. Und so bin ich auch stolz darauf an der Hämse in den Festdach, mit der Weihdach als Diakon führte. Und darum ist das Patrozinium von der Kirche in Kämpfe für mich auch immer ganz besonders fest. Und freut mich, dass die Kirche von der Zinterklaus als Patron hat. In der Zeit, als mein Elis und mein Oma gängig waren, wurde ich immer ein Zinterklaus geschenkt. Das wurde damals mehr gewährt als Weihnachten. Weihnachten war immer ein Fest in der Kirche. Da wurde ich höchstens in den Teller lecker. Wenn ich das geschenkt habe, dann wurde das um Zinterklaus. Das waren Mädchen zu hakes, die man sowieso brugten. Wie wär um Söck, in Mötsch und in der Schal, und mal in Klänigkeit würde ich spielen. Mein Oma vertraut immer, dass sie dann früher war, wenn sie am 8. Dezember damit endlich spielen durften. Der 8. Dezember war der Vierdach von der unbefleckte Empfängnis Mariens, da brugten die Känger nicht nahe in Schollen. Hüte so dach, je wird in Hiedi derpa, man noch wenig ruppe, die als Sinterklaus und Hand smuff verklett, langste Hüse jönt. Ähnlich ist das schade, auch wenn das mit der Schuhe und Bogenmarke jene richtig gesagt wurde. Naja, woher wurde das also jetzt mit der Kindererziehung? Da wurde sich manchmal auch jetzt einfach gemerkt, die Känger mit der Sinterklaus und der Hand smuff so Bogenmarke. Jod, dat dat hüte Ongesch ist. Für mich ist es wichtig, dat dat Sinterklaus auszeigt, wie ich ruht hat, wie die Ongere dahan und merke, wo nuet ist. Es stellt dat janz Ongesch dar, als der Weihnachtsmann wut ma um die Rote geschenke und um wölbe Heimake geht. Sinterklaus will das innere Riektum schenke, dat wir nicht mehr an uns selbst denke, sondern auch noch an die Ongere. Wie dat evel früher so war um Sinterklaus, dat vertell das Idee von Hubert Jakobs, der auch in der Kemper jungen war. Sinterklaus, der Tiet ist da, kieg in der Kalender nur, schier der grieße Ersel an, hong dieselwa Schelle dran, la der Warel voll mit Säck, Brezle, Stippel, Mann und weg. Sätt dich ob, der Staat so haut, denn der steht der Bischof jod. Namm der Staf in der Hand, kloppt er mit an Dür und Wand, lad hans Muff ma u dit Spiel, der verschreckt aus Lief und Siel. Wenn wir Hand aus Jod bedrare, hess ihn ursack um de klare, breng aus Äppel mit und nührt, Söcke, Klompe an de Pürt, Schal und Mötsch und Paraplü, denn der mod ich han in nü. Wenn du bennebest, terwiel, beng den Eselke an der Stiel, Heu und Haver legt die Red, kieg ma, wo der Bessem steht. Salz aus Huswall richtig fenge, lust o ma, wir sind ans Sänge, lustig, lustig, tralalala, heut ist Nikolaus Abend da. Schön.